salut liebe leute alten milch haben wir spiele weiter minecraft survival also ich bin hier ein bisschen besuch gewisselt also ich will mal meine lokalen werden verstorben questitems sind hier und ich bin nur gefangen eine kleine gerd zu bauen alles schön im zingelt weil ich mir kann das proviant aber ganz wichtig geht und wenn ich an meinem rhythmus will spielen werdet oft viel kommen dass ich gar nicht kann eben das machen werde schwul und schmul halt gut kult schon produziert ich habe ein bisschen auf kamera geschafft wieder gesit ok gut sagt oder schmeckt den echte quäl misst du und für das werde ich noch durch holen ich bin auch gerade abschließt also tab 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 schminken dann vom holzeit dass wir rausgehen schminken wir suchen so gut dafür dass man das kann ja heute die quesda füllen da können wir Glowstone geschenkt schminken dann länger buchte können wir halen schon noch überbrief sind kein niveau lautstärkern schon so und das gefällt mir wirklich im moment wie das schuldig ist die alten zahne matt weil die sicher praktisch sind die schwammmächter fachmeister schwammmächter bademeister war der römmer fachkund ich lewe ich kein fachkolle brüch ok ich sehe mal dass ich dich gerade kommen irgendwie dass ein zombie da war das nicht ganz gut sagt mich für kein fachkolle brüch wie dumm von mir aber ich kriege doch mal Glowstone das ist ja auch schon etwas du hast einen Block du wirst rauskommen das ist nicht gut ja mal das nicht also den sqb neng plus ein daylight sensor aber wir kriegen das wir eine quest gepackt leute yay ha 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 also nichts mehr eine musicbox die nicht möcht wups lundsch mal block für ein schluss gehalt naja da tut es ihnen sensor luchten die muss ich mal die redstone treiben ok gut so auch ok ein guter Glowstone und wenn das noch ein bisschen dorst wird mir also aufgefallen ist ja da leidet ist halt ein schäfchen ja und geht gut weiter wunderbar ich habe gesehen dass du noch eine musicbox hast aber für den rest ist es zu teuchte bon wir werden heute einfach rum kommen das scheint dass es mir mal Glowstone gesammelt weil er so ist toll ich finde es wie so stil also nie geholfen für meinen Sound zu machen ah so mache ich kurz ein paar Seeds auch ein paar die kommen gut aber ich möchte noch mal anfangen weil ich mal nicht meine ganze Garde kann voll machen mit denen ich habe gesehen dass die Botraven also die Beetroot die war es relativ gut ne hier drauf das ist Magie von Minecraft mir war es genauso gut für uns zu pflanzen Sattigung vom Salz alles nicht mehr Geschichten cool also das stelle Hunden setzen sich mal preisern hier vorbei sehr schön glaubst du nice anders kann sie gut noch mehr machen tolle Sache also tap 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 ja meine diese geht wirklich knapp äh schade aber Faklen dabei was lief man mir sind so blöd also das ist eben Logs oder Log einfach lieber weil Logs klingt dichter wie Holz und voilà wir haben hier noch ein Stück Holz konnten die verwandeln in mein Formular per Plakken kann man mir spät sicher noch benutzen und gesagt das ist nicht gut das ist richtig cool hoi und du bla 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 noch einmal ein Emi und noch einmal nicht genug für weiter wir brauchen ähm Plummen von Hinger wir können richtig weiterzuführen genug geschummelt ich meine wir gehen weiter noch einmal bei den Appartementen wenn wir nur gefangen das Geischen da war durchzuhöhlen wie viel hielt da schüssen halben eitsch ne top Nahrung wir haben Gehraben zurück bei den Appartementen wie gesagt ich hoffe das lautsteckt ist gut also schon mal mal mit Hähren an Schwing da war wie von Stimmen am Klo aus nicht mit Miesu Fragmente am Echo drei Kuhlen das gefällt mir ja Kollege brennt die rauch weiter uh der tut der war speziell ne ich wissen was ob dem Schild stung Eisen super das fang mal ein gut ru oh was du rock haben stir ich will keine meschen oh super ähm das doch da wo kommen die all hier oh verdammt das passt da sind kein nur 100 mal sehen ah fuck ich schrei demnächst nen eons schniss okay sie spawne von de bonnen spawne von de bonnen das ist das nach spawner du okay ich verstehe wirklich nicht wo sie spawne du werd ab zum dach sitzen ne bon du klänge bastard ouch und död nummer 2 ok ich habe schon mehr Parkourtrick nicht gepackt wie der kommt gesehen ist das da? das ist das da, oder? ich nehme mal das Steak rein da sind Hunde Schrammphorn super Pfeiler Und die kleine Fucker, die mich Suckt Hmm Ich höre gut, dass ich mich jetzt nicht Wenn ich das auch fast benutze Okay, da bleibt mir wirklich Nämlich viel heuer Schmengend leider aber noch wenigstens bis Ab 12.30 Uhr, ich hoffe das mal Das ist aber heftig, muss ich so Nein, sei nicht geblieben Oh ja dann, oh come on, ich fand ich Gibt wenigstens noch Die eine Hütte machen, die halten Halt ein bisschen, wenn wir lagern Neicht, neicht, neicht Okay Okay Die Kübel ist verdachtig Fleischwasser Ja, viel zu viel zu verdachtig Das ist ein Stück Viel Chlor Schlo Und so Und so hängt man Ist Fast Und zehn Geld für Monstern Ich muss ihn heute Just verschwirlen Ich kann nicht wenigstens auf den Dach Und ich kann eigentlich hier weitergucken Gehen Ja, hier ist auch natürlich hier Bewunder Aber ja, da werden wir hier mal Stobleiben Ich bin hier überall Kollegen Hier und rumlauern Lurde oder nicht Das helft nicht ganz viel Ich freu mich schon die ganze Zeit Was die zehn Dädo bedeutet Wer hat Mist Mist Ich bin hier Ich bin hier ein kleiner Focker, ein kleiner Focker natürlich auch sehr von denen dabei duh ha oh fack dazu eine Schar schaßen die, schaßen sie schaßen sie, schaßen sie ich muss alle meine Filme dran ziehen weil stimmt, das gibt halt keinen Sinn boh wir haben teilweise überlebt teilweise und ich inviteriere mich nichts KI anzuschalten, wenn zu gucken, wie oft ich danach weiter werde sterben nein, ich bin Hunger naja, das war ein Alpenmilch mit Minecraft Survivor, es geht heftig es geht heftig, wie ihr seht und ich inviteriere mich nichts anzuschalten, weil ihr wisst, wie es weiter geht Allez, ciao